Servus und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich dir die Erweiterung Notification Center von Terminal42 vor. Die Erweiterung ist eine meiner Lieblingserweiterungen und wieso das so ist, möchte ich dir ganz kurz erklären und auch zeigen. Mit dieser Erweiterung kannst du nicht nur einfach Formulare absenden und E-Mail-Benachrichtigungen versenden, sondern du kannst diese Erweiterung auch sehr gut erweitern und somit hast du diverse Möglichkeiten mit dem Notification Center zu arbeiten. Aber kommen wir jetzt einmal zu dem einfachen Teil und zwar zum Versenden von E-Mails. Normalerweise sieht es so aus, dass du hier ein ganz normales Contao-Formular hast und in diesem Formular fragen wir einfach bestimmte Felder ab. Nach dem Absenden des Formulars können wir jetzt normalerweise im Backend folgendes auswählen und zwar haben wir hier die Möglichkeit, eben unsere Formulardaten per E-Mail zu versenden oder wir können eben die Daten sonst in einer anderen Art und Weise hier in einer Tabelle speichern. Wir wollen jetzt uns auf das Thema E-Mail versenden konzentrieren und wie du siehst, haben wir hier nur wenig Möglichkeiten. Wir können einmal den Empfänger der E-Mail-Adresse einstellen. Wir können den Betreff vorgeben. Wir können hier noch das Dateiformat vorgeben. Auch hier haben wir relativ wenig Möglichkeiten und anschließend können wir noch sagen, ob wir leere Felder auslassen wollen. Das war's auch schon. Wenn wir hier jetzt aber etwas mehr Flexibilität wollen, wie zum Beispiel einen dynamischen Betreff. Wir wollen unser Text schön gestalten und wollen auch hier einen sauberen Text schreiben. Das heißt, wir wollen an beliebigen Stellen unsere Daten einfügen, dann hilft uns hier das Notification Center. Das Notification Center lässt sich wieder ganz einfach über den Contao Manager oder den Composer installieren. Du findest das Ganze eben unter Terminal42 Notification Center und wenn du dann das Ganze installiert hast, dann findest du im Backend hier einen neuen Eintrag und zwar Notification Center. Und wenn wir hier jetzt auf unser Formular gehen, dann sehen wir auch schon, es hat sich etwas getan. Dann siehst du, dass wir hier nicht nur die Möglichkeit haben, den klassischen E-Mail-Versand zu wählen, sondern wir können hier eine sogenannte Benachrichtigung hinterlegen. Ich habe jetzt hier die Benachrichtigung Kontaktformular hinterlegt und was sich dahinter verbirgt, das möchte ich jetzt ganz kurz zeigen. Zunächst einmal ist es so, dass wir hier im Notification Center einen Gateway anlegen müssen. Ein Gateway kann ein E-Mail-Gateway sein, das kann aber auch ein anderes Gateway sein, wie zum Beispiel in eine Datei schreiben oder es gibt auch diverse Erweiterungen, die dieses Notification Center verwenden können, um zum Beispiel Daten an andere Systeme zu senden. Das heißt, du kannst das Notification Center eben nicht nur für E-Mails verwenden, sondern du kannst damit auch andere Schnittstellen bedienen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil und zwar wollen wir unser Formular jetzt etwas besser gestalten und dazu lege ich eine neue Benachrichtigung an. Wie du siehst, habe ich jetzt bereits mehrere Benachrichtigungen. Das kannst du eben auch wählen. Du kannst nicht nur eine Benachrichtigung, sondern verschiedene Benachrichtigungen für verschiedene Formulare oder auch andere Schritte vorbereiten. Das heißt, wenn ich hier jetzt zum Beispiel unser Kontaktformular nehme und ich gehe hier einmal auf Bearbeiten, dann siehst du, habe ich hier einen sogenannten Benachrichtigungstyp. Das heißt, diese Benachrichtigung steht eben jetzt nur für Formularübertragung zur Verfügung. Wie du siehst, gibt es noch wesentlich mehr Möglichkeiten, wo das Notification Center eingebunden werden kann. In dem Fall hier bei Mitglieder aktivieren und auch zum Beispiel beim Newsletter. Wenn wir also die Grundkonfiguration erledigt haben, dann können wir hier jetzt bei unserem Kontaktformular eben eine Nachricht verfassen und auch hier habe ich wieder mehrere Möglichkeiten. Ich muss nicht nur eine Nachricht verfassen, sondern ich kann im Grunde genommen beliebig viele Nachrichten verfassen. So habe ich eben auch die Möglichkeit, nicht nur meinem Admin eine Nachricht zu senden oder eben dem Formularempfänger intern, sondern ich kann auch dem Absender wieder eine E-Mail senden. Ganz einfach über diese Benachrichtigungen. Ich möchte jetzt einfach mal kurz zeigen, wie so eine Benachrichtigung aussehen kann. Dazu gehe ich jetzt einfach mal auf die Nachricht für unseren Absender. Wie du siehst, muss ich zunächst einmal wählen, welcher Gateway verwendet werden soll. In dem Fall haben wir hier unseren E-Mail Gateway. Und als nächstes muss ich hier unter Sprachen eine neue Sprache anlegen und letztendlich auch meine Nachricht. Das heißt, ich kann auch für mehrsprachige Webseiten unterschiedliche Nachrichten definieren. Ich habe jetzt nur eine Sprache und zwar Deutsch definiert und habe das auch als Sprachenvollback definiert. Anschließend habe ich die Möglichkeit, hier beim Absender einen freien Absendername einzutragen. Ich kann auch hier eine Absender E-Mail Adresse eintragen und der Empfänger wird hier jetzt dynamisch ausgelesen. Das heißt, ich habe hier jetzt einfach die E-Mail Adresse des Formulars ausgelesen und zwar muss ich dazu diese zwei Rautezeichen verwenden. Ich gebe dann vorm Unterstrich an, dann den Formularfeld Namen und anschließend wieder zwei Rautezeichen. Genauso könnte ich hier eben mit dem Empfänger in CC und BCC arbeiten und ich könnte auch die Reply-to-Adresse angeben. Weiter unten habe ich jetzt die Möglichkeit, eben meinen Inhalt zu konfigurieren. Auch hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel beim Betreff wieder mit dynamischen Feldern zu arbeiten. Das heißt, auch hier kann ich eben diese zwei Rautezeichen verwenden und ich könnte hier auf bestimmte Formularfelder zurückgreifen. Oder ich kann natürlich hier einen vorgefertigten Betreff verwenden. Anschließend habe ich die Möglichkeit, entweder nur Text zu senden oder das Ganze eben als HTML und Text E-Mail und so kann ich hier eben diesen Rohtext für die Textfassung pflegen. Aber ich habe auch hier unten die Möglichkeit, mit dem HTML Editor eben HTML E-Mails zu erstellen. Wie du siehst, finden wir hier jetzt einen Text in unsere E-Mail und was ich jetzt auch noch genutzt habe, sind hier Abfragen und Bedingungen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mit einfachen If-Abfragen eben feststellen, ob zum Beispiel im Feld André der Herr steht, dann soll eben dieser Text ausgegeben werden oder ob Frau steht, dann dieser Text und wenn eben was anderes gewählt wurde, dann soll einfach nur dieser Text ausgegeben werden. Auch das ist mit dem Notification Center möglich und somit hast du eben wesentlich mehr Flexibilität wie mit den Standard E-Mails von Contao. Nun kann ich natürlich hier jetzt meinen Text verfassen und auch hier kann ich wieder meine einzelnen Formularfelder einfügen. Wie du siehst, ist das Ganze hier bei der HTML E-Mail ebenfalls so. Auch hier kannst du eben den kompletten Text hineinschreiben und du hast die Möglichkeit, hier aber noch einfache Formatierungen zu machen. Zusätzlich bietet das Notification Center noch die Möglichkeit, dass du auch Dateianhänge hinzufügen kannst. Du kannst mit Vorlagen arbeiten und was auch noch geht ist, du kannst natürlich E-Mail-Vorlagen hinterlegen und so möchte ich dir das auch noch ganz kurz zeigen. Das heißt, wir gehen hier einfach auf Speichern und Schließen und wenn wir hier sind, dann haben wir eben die Möglichkeit, hier unter Exporteneinstellung bestimmte E-Mail-Templates vorzukonfigurieren und so kann ich natürlich meine HTML E-Mails wirklich schön gestalten und für den Kunden ansprechend versenden. Ja, das war jetzt ein Schnelldurchlauf durchs Notification Center und du kannst wirklich wesentlich mehr mit dem Notification Center machen. Du kannst Dateien anhängen, du kannst in Dateien schreiben, du kannst, wie gesagt, andere Gateways konfigurieren. Also du hast hier wirklich viele Möglichkeiten, mit dem Notification Center zu arbeiten. Und wenn du jetzt genau Schritt für Schritt wissen willst, wie das ganze Notification Center konfiguriert wird und auch eingesetzt, dann empfehle ich dir meinen Kurs für Formulare. Das heißt, du gehst hier auf die Contao-Akademie unter Contao und Formulare und findest hier einen Formularkurs, mit dem du zum einen weitere Informationen zu den Formularen findest, aber auch hier in einem kompletten Modul komplett erklärt, wie das Notification Center funktioniert, Schritt für Schritt vom Einrichten des E-Mail-Gateways, wie die Simple Tokens verwendet werden, wie Textbausteine erstellt werden und so weiter. Wenn du also Fragen hast zum Notification Center, dann ist das der richtige Kurs für dich. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Einsatz von Contao und ich freue mich über jeden Daumen nach oben und über deine Kommentare unterhalb des Videos.